Moin Moin und Herzlich Willkommen zu einem neuen Outdoor Ausrüstungs-Info-Video. Diesmal Outdoor und um was geht es heute? Und zwar um das Getränk hier. Das habe ich von der Christine gekommen bekommen. Ich soll jetzt mal testen, was haben wir denn hier alles drin. Das ist oben ein Fruchttrink. Kann man gar nicht so genau lesen, weil es ein bisschen spiegelt. Das ganze ist Ningxia-Red. Irgendwas Chinesisches würde ich sagen. Zumindest aus den Breitengräuten. Was haben wir denn hier alles so drin? Wasser, was haben wir denn noch drin? Kirschen, Blueberries, Lebe Heidelbeeren. Irgendwas mit Wolfsbeeren habe ich vorhin gelesen. Ja, ich würde sagen, ich mache nochmal ein kleines Foto an der Stelle. Fürs Foto, fürs YouTube. Und ja, ich mache das Ding jetzt mal auf und dann koste ich mal. So, ja, das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Und das ist eine Art Energy-Trink. Das kann man das ja erkennen. Ja, genau. Ja, was das kostet, kann ich euch nicht sagen. Ich kann es nochmal versuchen, rauszufinden, ob es das im Mehrfachpack gibt oder so. Und wohl vor allem. Und wenn ich da was rausgefunden habe, schreibe ich das euch in die Videobeschreibung. Ja, das nimmt auch nicht viel Platz weg. Und man kann es auch laut Halbbarkeitsdatum hier, ja, feines Notfallnahrung mit benutzen. Zum Einlagern und Zeug. Also auf jeden Fall outdoor geeignet. Ja, damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.